Aber nicht ablenken lassen, wenn ich mit meinem Arsch wacke. Hey, ich bin der Coach, ich darf das. Schwatte, Alter. Ich bin schwarz, ich darf das. Nixer, du bist der Butler, Alter. Du darfst ne an dir die Getränke reichen, Alter. Super viel geschlagen, optimal. Aber es startet trotzdem, ja. Das läuft, der Ladebildschirm, das läuft. So ein T90 bin ich schlecht, Alter. Ganz schlimm. Ja, Mann. Oder nicht? Ähm, ja. Äh, schon passen auch. Find ich auch so dumm? Der Teil hier ist total auf Englisch, da. Ja, das ist so. 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 Der Coach hat nicht mehr seine Crew. Oder ist der Crash nicht mehr? Ja, das ist so. Oder ist er das ein Rass. Oder ist er zu. Ja. Da wer weiß. Ja, das ist so. Ja, die ist für die ganze Zinge. Ja, die ist doch nicht. Was ist das? Ich bin hier. ganz ehrlich aber wie es sich die ganzen und Ja, der Junkie. Passt. War nur ein Charger. Ah, Desert. Nee, doch nicht. Oh. Geflogen, geil. Alter. Panzer nicht weg. Oh, super. Ah, ich habe den Tank getötet, indem ich mich selber verwundet habe. Kann ich mich unter der Treppe holen? Der lebt immer noch, ne? Das ist auch der mit der Kettensäge. Nnennennen. Ich muss mich selber heilen. Alter, du verpässt dich die ganze Umwelt hier. Hier ist der auch. Thanks. Ich werde gleich mal vom Mikkel krabbelt. Tja, nnennennennen. Peckst du das Kettensäge-Massaker oder was? Oh, Bunga. Oh, Bunga. Oh, du bist nicht frei. Nnennennennen. Hahahaha. Ist das geil, Alter. An die Metzenzahlen, nieder, Alter. Ja. Reloading. Ich denke, wir wollen hier weiter. Kuck mal hier. Reloading. Mark, wo du schüttest? Reloading. Throwing them all the time. Kom, geh durch. Haha, da schlägt der. Oh, nee. Reloading. I hear a witch crying. Hey, look out. Hey, look out. Ah, nee, hier hinten. Get your ass across the walkway. Up the stairs. Weapons over here. Oh, yeah. Hast du, hast du sein G? Ja, die Diegel. Ja, die auch. Die ist gut. Ja, die auch. Da hinten, Alter. Oh, dann hier. Let's see what's in here. Schottie? Oh, Pipes. Nehmen wir mal ne Schottie mit. Ich hab so Rohrbohm. Biste voller Rohrbohm ist da oben. Daniel. Hier oben? Oh, yeah. Einen Raum. Ja, bestimmt. Oh, nein. Reloading. Reloading. Jockey army. Jockey. Reloading. 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 Hey, look out. Reloading. Hey, da ist die Bitch. Warte, mach noch nicht. Nimm das Fass und schmeiß es auf die Bitch. Warte, wo ist die Bitch? Dahinten. Äh, du, bei ihr seid ja hinterliegen. Ihr werdet hier angeschossen, Alter. Oh, nein. Das wollte ich nicht. Das ging so aus wie ein Kau und das... Das ging nicht. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Hey, du, ja. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Das ist ein Skipper. Oh, nein. 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 Das ist für mich auch. Äh, Shep kein Verband. Oh, nein. Oh nein, kommt in den Zelt rein. Der Molotov ist geschehen. Das ist ein Idiot. Das ist ein Idiot. KI halt, ne? Das ist ein Idiot. Das ist ein Idiot. Das ist eine Feuerbombe. Das ist ein Idiot. Das ist ein Idiot. Das ist ein Idiot. Boah. Hier ist Sprengmunition. Ja, da habe ich. So wieder da rein, im Zelt, rechts. Ach was, ich bin die Brotflinte. Da wollte ich schon, Schottie. Wenn sie voller Auto ist, dann ja, oder halber Auto. Ach, ich will selber schauen, oder? Ja, wir sind zu nah bisher. Ey, was schießt der Alice mich an? Hat der Lack gesoffen, oder? Schon. Healing. Cover me. Ah, ja, that's what I'm talking about. Ach, so liegt das hier rein. Irgendjemand Smoker erwischt. Der macht's wieder auf, Alter. Oh, was ist der schon voll aus? Dieser Alice, ey. Ah, ich muss kurz auf, krass, trink mal. Oh, Tank schlechter, ja, ja. Oh, das ist auch wie wegen der Bitch. Äh, aber ich wollte das Ding eigentlich da hinschmeißen. Ja, ich wollte ihn nicht anschießen, aber das sah aus, als wäre das ein Jockey, so ein kauerndes Viech. Da mit der Igel, da mit der Igel, da mit der Igel draufschmeißen. Warte, nicht aufmach, nicht. Oh, da ist er wieder. Oh, da ist er wieder. Ich habe Überlebenden erwischt. Oh, da ist er, noch nicht...